hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at centrock so wir brauchen weißes kupfer so was ich jetzt auch erfahren habe habe ich gar nicht probiert ich kann es ins inventar packen wenn es ein weiteres bett gibt das gibt es hier in dem fall dann würde ich sagen dann stelle ich das gerade mal um nämlich hierhin so kann man das doch nur so platzieren na gut dann machen wir es so okay ja jetzt haben wir jedenfalls wieder platz in der hütte dass ich konnte das nicht aufnehmen weil es kein weiteres bett gab das war das problem an der ganzen sache so wüsten fuchs kümmern wir uns gerade mal drum sein würmchen kriegt er natürlich noch so dann kümmern wir uns um dich fügen mal wüsten pilze hinzu oder tomaten kümmern was er von tomaten hält wir haben post um geht bis a dies halb so mein kart system ist operation das ist ja system ist jetzt also funktioniert wie moles already to start work and deliver also wie er sie sind jetzt bereit er zu zentrock zu liefern if you are in need you can some come and see us and order some or also wenn welchen brauchen können wir zu ihm hingehen und welches ordern okay also wir müssen es ordern sie bringen es nicht automatisch ups da wollte ich nicht hin gut so kann ich die steine eigentlich da irgendwie verkaufen dass wir noch mal ausprobieren so das wasser nehmen wir mal an uns dann bespaßen wir gerade mal die hennen ein hahn gibt es auch heißt dass wir könnten auch küken kriegen wüstenpilz fügen wir mal hinzu sehr schön schleifmaschine ich glaube wir haben jetzt alles für für die säge ne jawoll wo stelle ich denn die hin da dazwischen so wo habe ich sie jetzt hingepackt da hier passt ja noch was dazwischen sich gerade so was kann man denn hier machen holzbretter klingen aus mangan stahl titanium alle okay so was müssen wir hier machen power cell aber die machen wir glaube ich noch mal glaube ich nicht hier nur die machen wir glaube ich auf dem anderen dingen genau das heißt ich könnte hier noch eine maschine bauen advanced cooking station industrie ofen haben wir industrieller schleiftisch der fehlt mir glaube ich noch ich habe zwei von denen blöde ist das denn dann können wir die ja doch mal ins inventar packen und verkaufen dann bauen wir einen industriellen schleiftisch der fehlt mir nämlich ich brauche schon wieder zahnräder aus mangan stahl und dem prozessor so dann würde ich sagen gehen wir gleich noch mal erz kaufen und besorgen schrott dass die hier arbeiten können wieso machst du holzreste kupfer kupfer solltest du eigentlich machen ich wollte den nicht aufnehmen ich wollte interagieren so prozessoren kann ich die eigentlich fertigen powers weißes kupfer von industrie ofen kriege ich den da müssen wir mal gucken was wir dafür brauchen weißes kupfer 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 er wir brauchen kupfer erz oh ok könnte ich abbauen bauen wir glaube ich auch ab aber eisenerz kaufe ich hier gerade mal das war noch wieder mangan stahl her ich habe ja alles nicht viel zinnerz mangan erz kupfer erz mechanischer schrott mikrochip jetzt kriegen wir gar kein eisenerz hier das war uncool da würde ich sagen dann gehen wir mal zu den robotern äh zu den dings noch erstmal machen wir hier ein bisschen davon und dann gehen wir nachher noch zu den ähm ähm maulwürfen das war das wort was ich suchte da können wir dann ja per express hinfahren brauche ich nicht hinlaufen und äh besorgen ein bisschen besorgen ein bisschen ähm erz bei dem kann ich ja bestellen kriege ich hier kupfer erz ja kriegen wir da nehme ich gerade das verschippt schimmert so verdächtig kupferfarben das nehmen wir natürlich mit da ist noch hier ist auch noch viel kupfer sehr gut dass wir das weiße weiße kupfer herstellen können ist hier auch noch was ein dings nicht aber ein erz mhm mhm so hier ist nochmal kupfer das ist ja das was wir gerade extrem brauchen für das weiße für das weiße kupfer ich bin mal gespannt wie das ausschaut da gibt es auch noch was was kriegen wir denn hier goldene kerzenleuchter goldene kerzenleuchter oh doch hier ist noch was nehmen wir auch mit oh und da ist noch da ist noch kupfer kupfer du bist mein soo soo das nächste ebene das nächste ebene ne wie spät haben wir denn äh zeig es mir 15 uhr 15 uhr oh das nehmen wir auch mal mit wir haben da ist level level up so so und dann sind wir auch gleich durch was unsere energie angeht so so das war's energie technisch äh ich kann mal gucken wo kann ich hier abbau wissen dann würde ich doch spontan das hier wählen so und dann können wir die ruinen verlassen so sehr gut dann können wir weißes kupfer herstellen und fahren dann nochmal geschwind zu den maulwürfen glücklicherweise haben wir da ja die station direkt mitgenommen das war schon mal gut dann kann ich da nämlich eisenerz ordern so so dann mach du mal weißes kupfer jetzt stopp das mal und jetzt weißes kupfer so du machst die chromziegel du machst gar nichts da fehlt mir eisenerz oh und die sind fertig dann ernten wir die gerade was ist denn das himbeeren sind das ne waspuri ne erdbeeren oder so achso ich wollte hier eigentlich in die kisten alles sortieren dann düsen wir mal zu den maulwürfen hin war echt gut dass ich da die station direkt mitgenommen hab maulwürshöhle verlassen ruinen da muss ich ja mal gucken da kann ich ja auch aluminium und sowas herholen ne müssten wir auch machen vielleicht kriege ich da auch eisen ich weiß es nicht maulwürshöhle zinn-erz kupfererz manganerz chromerz eisenerz Der Aufträge zahlt in Gebühren während der Laufzeit und liefert der Zulieferer die eingeforderten Ressourcen. Der Kunde kann jederzeit vor Ablauf des Vertrages eine Verbesserung der Leistung beim Zulieferer beantragen. Okay, kann ich Stufe 2 schon beantragen. Wobei Stufe 1 ist erstmal wichtig, weil die brauche ich ja. Kontingent 1000. Machen wir. Ah, okay, jetzt kann ich hier auswählen. Und wenn ich es verbessere, dann haben wir 2000. Ach, dann kommen die auch noch dazu. So. Wenn ich das runterdrehe, dann kann ich hier hoch. Sehr gut. Dann gehen wir hier runter, dann drehen wir das hoch. Weil da brauche ich am meisten von tatsächlich. So. Okay. Dann lassen wir uns... Haben wir hier noch irgendwo was? Da haben wir noch eine Aufgabe fertig. Bestätigen. Dann gucken wir mal, dass wir die abliefern. Also, welche Aufgabe ist denn das? Missionen. Der noch nicht. Wait for news. Ach, deswegen habe ich die gebaut. Deswegen. Ich hatte mich schon gewundert, warum habe ich die doppelt gebaut? Aber klar. Für die Stadt ein Auftrag war das. Hi, Todi. So, Aufträge der Stadt bestätigen wir. Thanks. I give this to the client. Ja, sie gibt es zu einem Kunden. Und sie ist sicher, dass er sehr beeindruckt sein wird von unseren Leistungen. Das ist keiner aufräumt, außer uns. Sehr schön. Das brauchen wir mal. Gucken wir mal. Weißes Kupfer. Drei Stück brauchen wir. Also schauen wir mal, wie viel wir haben. Oh, das habe ich vergessen. Da können wir gleich mal noch wieder auffüllen. Morgen sollten wir dann Eisenerz kriegen, hoffe ich. So, mechanischer Schrott haben wir auch noch. Mehr als genug. Ein weißes Eisen haben wir. Ich würde sagen, den nehmen wir auf. Packen den ins Inventar und... ...erstellen nochmal so einen Dingsofen. So einen industriellen Ofen. Ofenkern brauchen wir noch. Chromstahlstangen. Ups. Brauchen wir auch wieder Eisenerz. Aber die Kerne kann ich bauen. Das ist schon mal gut. Dann können wir die zumindest schon mal reinpacken. Chromstahlstangen fehlen mir noch. Ja, das ist das Einzige. Okay, das sollten wir ja dann... ...am nächsten Tag machen können. So, was haben wir hier noch? Kann ich nochmal Dünger herstellen? Ja. Vier Stück. Da füllen wir vorsichtshalber auch nochmal auf. Und dann gucken wir nochmal beim Wasser. Wie viel haben wir da noch drin? Machen wir auch voll. Fisch haben wir. Ich könnte nochmal Dörrfleisch machen, ne? Eins. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber, ja. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.